So, jetzt aber, jetzt mal richtig, so, ähm, gut, äh, Moment, ja, das ist doof, äh, wie kann man, wobei ich mach erstmal die Audio rein, ich mach erstmal die Audio rein, ehrlich gesagt, äh, dafür mach ich eben kurz die Abschirmung an, tut mir leid, aber einige Sachen muss ich leider abschirmen, so, wobei ich glaub ich, da gibt's gar nichts Schlimmes, aber, äh, meine Musik, äh, hab ich irgendein, ich glaub ich hab aber gar nichts, was ich, ja, eigentlich kann, eigentlich muss ich nichts abschirmen, ich schau nochmal drüber und dann schau ich nach, äh, ja, ich muss gar nicht abschirmen, gut, so, dann kann ich's wieder ausmachen, perfekt, so, ähm, wo haben wir's denn, hier anfangen, 32 Sekunden, in der heutigen, gut, ja, sei leise, in der heutigen Aufen, so, gut, ja, und wo haben wir teilen, hier haben wir teilen, hier haben wir teilen, ah, wie schon, äh, wie schon, äh, werden wir, äh, Inshot hat sich komplett verändert, was das Aussehen angeht, so, das kommt weg, in der heutigen Aufnahme werden wir ein Bett erstellen, dafür gibt es drei Möglichkeiten, die, ja, ja, halt im Mund, so, dann, kommt hier teilen, das kommt weg, ich sag ja, du kommst weg, und dann tun wir eben nochmal kurz Hintergrundmusik hinzu, wo die Frage ist, was ist es für eine Musik, das muss irgendein Entspannter sein, was, was halten wir hier von, äh, ich weiß nicht, äh, was, was kann man nehmen, irgendwas Entspanntes, was ist das nochmal, ja, das ist so entspannt, ähm, äh, eh, war welches, ich hätte die nicht irgendwie so benennen sollen, ich hätte die wirklich nach dem benennen sollen, wie die wirklich heißen, naja, außer bei denen, weil, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die heißen, aber bei denen hier schon, ne, mit ich, ne, das, das, das so, Also, ja, das klingt zu mysteriös. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, komm, wir nehmen das. In der heutigen Aufnahme werden wir ein Bett erstellen. Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist... Ja, das passt so gut. Dann werden wir... Jetzt muss ich aber Abschwemmung andern machen. So. Musik kann ich wieder anmachen. So, Video, Foto. Und dann... Oh, shit, ich habe 23 Minuten aufgenommen. Holy shit. Ähm, so, dann. Auf jeden Fall mache ich wieder die Abstimmung aus, bevor ich es vergesse. So, dann. Auf jeden Fall. Wolle. Null. Von drei. Dann haben wir... Wobei, ich mache die einzeln. Und... Naja, ich mache die... Ich mache das... Ich mache das klein. Äh, was hast du noch? Fäden. Null. Oh Gott, ich hasse es, dass... Video... Äh, warum sage ich mal Video-Shot? Das E-Shot einfach... Die Umleute so shit macht. Null von... Ich schätze, wie viele waren es? Äh, vier, acht, zwölf. Zwölf. So, was noch? Äh... Ach, ja, Eisen. Eisen. Eisen-Klumpen, ehrlich gesagt. Eisen... Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Eisen man braucht. Eisen null. Wie viele Eisen-Klumpen man braucht? Null von... Zwei. Ups, Salat. Das wollte ich gar nicht. Oh Gott, das ist zu groß. So. Hm, das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen... Das ist das... Das störte. Das ist... Das ist ein bisschen doof, wie das da steht. Oh Gott. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Äh, das ist ein bisschen sehr groß. Das... So. Ja, das... Das sollte, denke ich, besser sein. So, da kommst du... Ne, nur eine Tür, wobei... Ich kann... Ich kann es hier ändern. So, dann ist die Frage... Ähm, was... Was passiert hier eigentlich? Also brauchen wir zwölf Feen für ein Bett. Oh, Moment. Moment, da stimmt was nicht. Warum? Ah, ich hab... Okay, ja, klar. Cool. Ich hab da was... Ich hab da einen Fehler gemacht. Hm. Ja, du kommst jetzt mal weg. Dann muss ich, äh... Dich mal kopieren. Duplikant, genau. Feen. Ja, der Text muss auch wieder weg. So, hier. Komplett weg. Oh nein, nein, nein. Weg. 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 Vier Feen. Einmal brauchen wir zwölf. So, das geht bis hier. Ah, ich muss hier teilen. So, äh... Teilen, dann kommst du. Löschen. So. Ey, ich bin nicht mal live. Was soll denn der Schwachsinn? Doch, ich bin noch live. Wo... Wo ist... Wann das Zeichen hin? Weird. So, äh... Genau, Abschirmung-Modus. So, Abschirmung an. Äh, wir kommen hier zurück, hier. So, Video-Foto. Dann kommst du. So, Abschirmung wieder. Aus. Boom. Oh Gott. So, dann ist die Frage. Was, ähm... Was machen wir jetzt am besten? Moment, am Anfang hab ich noch irgendwo... Ich bin nicht schwachsinn gemacht, weil ich mein Boot gesucht hab. Ähm... Und ich keins gef... Und ich es nicht gefunden hab. Äh, das... 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 Das schneiden wir raus. Ja, wir machen hier direkt, wie ich das Boot mache. Äh... Holzschaufel, hier. So. Ah, ich hab gelöschen gesagt. Dankeschön. Ich hab ohne Ton aufgenommen. Warum, warum... Warum ist da... Ist mit Ton egal. Dann mach ich, äh... Dich... Stumm. Boom. Dann mach ich dich vorsichtshalber auch mal stumm. Ja, auf alle anwenden. Boom. Ähm... Werden wir ein Bett. Ja, 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 das... Machen wir jetzt mal zu vorne. Äh, also... Für ein Bett. Gut, dann ist jetzt die Frage, was... Was... Was für ne Musik nehmen wir dir? Das ist... Das ist noch alles entspannt. Ja, das ist noch ziemlich entspannt. Ähm... Nehmen wir da... Ne, wir nehmen mich die anderen Teil Musik. Ähm... Ähm... Wir nehmen auch keine Free Epic Music, nur Copyright, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob dieses wirklich Copyright ist, weil... Ach, das ist die Musik. Oh. Okay, gut, 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 gut. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. So, ähm... Weil da... Wenn ich die verwende, dann muss ich definitiv was in die Beschreibung schreiben. Jetzt muss ich bei diesem Stream jetzt auch was in die Beschreibung packen. So, das ist natürlich schöner. Das ist... Die hab ich übrigens überlegt, ob ich die reinnehme. Hab mich dagegen entschieden. Ähm... Oh, das hab ich noch nicht auf dem Tripkanon veröffentlicht, so wie das. Ja, das muss ich irgendwann noch machen. Ähm... Aber ich hab keine gute Musik. Was ist denn los mit mir? Die Musik nehme ich definitiv nicht. Ähm... Ja, komm, nehmen wir die. Wobei, ich glaub... Ah, die ist so... Die ist so... Ah, nee... Das ist... Das ist so... Oh, wait. Wir haben ja noch Musik. Ähm... Was... Was... Feen für ein Bett. Ja, okay. Das muss ich definitiv dann hier lauter machen. Damit... Auf welcher Seite bin ich jetzt auf der... Gut. Feen für ein Bett. Ähm... Ja, mach ich dich... In der heutigen Aufnahme... Feen für ein Bett. Ja, perfekt. So, ähm... Die Frage ist, was... Der Hintergrund gefällt mir nicht. Erstmal ganz klar Leinwand. Äh... Wo kann ich den Hintergrund nochmal einstellen? Äh... Hintergrund. So, ähm... Ja, machen wir so. Boom. Oh, dann ist die Frage... Äh... Ja, ich geh da hin. Oh, oh, oh. Zombie-Kampf. Oh, oh, oh. Dramatische Musik einfügen. So, hier teilen. Boom. Das... Das machen wir schneller. Äh... Ja, okay. Das... Reden wir nicht darüber, was da passiert ist. Ähm... Ja, perfekt. Gut. Ja, äh... Die Frage ist, wie lange geht denn der Zombie-Kampf? Okay, da ist das da quasi schon beendet. Das heißt, hier... So, setze ich einen weirden Filter rauf? Ich glaube schon. Ähm... Story. Ja. Ja. So, dann... Musik. Äh... Teilen und dich löschen. So. Dann, schauen wir mal. Was für... Was für Musik habe ich denn so? So. 對. Äh... Das ist alles was ich hab ernsthaft? Ich hab hier gar nichts. Ah, holy shit. Ja, das ist überhaupt nicht passend. Oh Gott, ich hab hier gar nichts. Wenn ich da eventuell hier dann... Ist das richtig? Ja, perfekt. Nein, so. Äh, ein Zombie. Aber es ist ein Dorfbewohnerzombie, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, wie die heißen. Ein Zombie. Äh, ne Moment. Ne, nicht Plus. Jetzt machen wir ja richtig groß hier, so. Ja, Moment, das machen wir jetzt. Äh, bearbeiten. Ja. Äh. Yeah. Gut. Perfekt. Gut. Und da ist er hier. Gut. Dann ist jetzt die Frage, wie... Wie lange mach ich dich jetzt schnell? Ah. Und vor allem, bis wohin? Oh, da, da geht's nach Eisen, ja. Da suche ich Eisen. Ja, das kann ich rausschneiden, wie ich, ähm, Dings, die Helligkeit drüber mache. Und das ist, äh, shit. Ab... Eigentlich nicht ab hier. So, dann. Bis, bis ganz... Ab heute, das war ziemlich schrecklich. So, bis dahin. Aber ich hab vorhin... Ich weiß, dass ich irgendwo nochmal die Helligkeit erhöht habe. Ähm, die Stelle suche ich eben mal ganz kurz. damit ich die auch schon mal rausschneiden kann. Ja, hier. Teilen. Oh, das geht schnell. Und teilen und löschen. Perfekt. So, ähm, das ist eigentlich ziemlich dunkel, deswegen mach ich das bisschen hoch. Ja, ja, Verluste Audio... Oh. Ja, okay. Das ist, das ist ein bisschen sehr schnell, wie ich sehe. Vielleicht machen wir es doch bisschen langsamer. Oh ne, Moment, hier sind wir schon in der Höhle. Moment, 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 Moment. Oh ja, das Eisen, das war ziemlich problematisch. Warte, was überhaupt, wann beginnt? Ah, da ist die Kohle. Ähm. So, wo sind wir genau? Hier ist die Kohle. Oh, da, da, da geht's in die Höhle. So, das machen wir ein bisschen schnell. Äh, ja, ich denke, das sollte ausreichen. Ich muss am Anfang noch einen Text hinschreiben. So. Gut. Ah, Stein, 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 ist uns egal, ist mir egal, ist mir egal, ist egal, ist egal. So. Ah. Äh. Schreiben wir mal Eisen nicht... Naja, das klingt doof. Ähm. Jetzt... Jetzt wird Eisen gesucht. Ähm. Naja, den Joke mach ich nicht. Ey, warum steht das da nicht? Ich wollt grad irgendwie sagen, ey, ich hab grad, ich wollt irgendwas hinschreiben, denn ich hab Eisenmangel oder sowas in der Art. Ähm. Vielleicht will ich auch eventuell das Dings anders machen. Ne, die, die Schrift kann eigentlich so bleiben. Ich meine das, äh, hier. Das Ding. Oh, wie, wie machen wir's denn? Wie, was hatte ich denn in der vorherigen Folge? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ah, das sieht aber doof aus. Was? Ich glaub ich hatte das sogar. Ja, wir machen das. Jetzt wird Eisen gesucht. So. Gut. Da ist die Höhle. Wie, ich hab sogar tatsächlich zwei Eisenklumpen gefunden. Ähm. Moment. Da vorne. Wo haben wir teilen? Da haben wir teilen. Ähm. Oh boy. Ein Skelett. Das machen wir eben wieder schnell. Tempo. So, achtfache Geschwindigkeit. So, dann. Bis wohin gehen denn da? Ja, das ist ziemlich schnell. Bis dahin. So, wo haben wir die Musik? Ja, Musik. So, weiter geht's. Ähm. Ah, ich hab hier noch. Ah, ne. Das ist also nicht passend. Hm. Warte, was was hab ich hier eigentlich noch zu drin? Das war ein Fehler, sie muss das noch herunterladen. Ja. Ah boi. Was ist denn noch? Hm. Auch irgendwas. 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 Das passt. Ja, das hab ich mir eben verantwortet. Ja, das hab ich geblut. Ja, das hab ich mir eben verantwortet. Ähm. Was, was würde denn passen? Das ist die große Frage. Ähm. Ah, ich hab kein... Oh Gott, ich hasse es, dass ich nix hab. Ja, komm, wir nehmen das. Ähm. Oder hatte ich das nicht vorhin wartet? Hatte ich das nicht vorhin? Naja, das war 6. Okay, gut. Was ist denn 6 nochmal? Oh, ich hab hier gar keine... Oh, 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 oh. Ganz großer Fehler. Hier ist nix. Nehmen wir... Naja. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir dich. 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 Nein, nee, nicht zu spät. Was sollen die Leute denken, wenn es zu spät ist? So. Das wird dann hier geteilt und das kommt weg. Boom. Okay. Das kann dann geteilt werden hier. Warum ist das so schnell? Moment, ich habe irgendwas gemacht. Oh Gott. Ja, egal. Was habe ich denn gemacht? Warum ist es ernsthaft? Das ist nicht die normale Geschwindigkeit. 1,90. Okay, ja, das sollte ausreichen. Das sollte, denke ich, okay sein. Ja, da, da, da ist der Eisen. Ja, okay, das habe ich aber nicht abgebaut. Ich habe ein anderes gesucht. Weil Wasser und so ein Shit. Wasser ist Shit. So, ja, das habe ich gerade, da habe ich sehr viel versucht. So. Und das nicht hinbekommen. So, aber das können wir, ehrlich gesagt, noch schneller machen. So auf 77. Ja, das ist zu schnell. Ja, das ist die Geschwindigkeit, sollte, denke ich, so gut sein. So, äh, habe ich Musik, ne, nicht Text. Äh, wo haben wir den Musik-Button hier? Ja, habe ich. Perfekt. So, äh, wie, wie, so. Hier, hier ist der Eisen. Da schreibe ich mal. Äh, Moment. Da ich das, das zum ersten Mal gesehen habe, dass es Eisenklumpen sind und kein Eisen, ähm, schreibe ich mal, äh, keine Ahnung, was schreibe ich deswegen. Ähm. Ähm, oh, der Erz ist anders. Anscheinend gibt es jetzt Eisenklumpen. Eier, Moment. Gibt es jetzt? Aber, äh, Eisenklumpen, wie, 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 wie schreibt man Klumpen? Äh, Eisenklumpen, ja, so schreibt man Klumpen, okay. Gut, gut zu wissen. Und kein Eisenärz. Vielleicht gibt es noch Eisenärz, äh, wobei ich, 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 ich schreibe es nicht hin. Vielleicht gibt es noch Eisenärz und dann irgendwann steht da in so einem Kommentar, Bro, es gibt noch Eisenärz, so Idiot. Äh, so will ich nicht dastehen. Äh, hier. So, gut. Somit haben wir zwei Minuten fertig nach 25 Minuten. Wow, perfekt. So, ähm, aber ich würde jetzt auch den Stream beenden und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann dort wieder im nächsten Stream. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, aber wir werden dann dieses Video weiter bearbeiten. Wir sehen uns dort dann wieder. Bis dann. Und Ciao, ciao.